DETALEK ENTERTAINMENT DETALEK ENTERTAINMENT PRESENTS Ein Spiel von Jan Müller Michaelis, auch Poki genannt. Harvey's Neue Augen Ich freu mich sehr. Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nähen, schon so gut wie geschehen. Also reiß ich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schramm. Hier hast du Nadel und Faden Pass da nicht auf, sonst gibt's Nerven. Ich kann Kinder nicht bluten sehen, schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und gegangen, bergen durchaus gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden, ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Namen. Ich kann Kinder nicht bluten sehen, ich muss mich vielleicht korrigieren, die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren, an deinen Nähkünsten musst du noch feiern. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dicht, fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt, ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Sau stark. Hallo liebe Freunde des Abenteuerspiels. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum, aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lily, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lily harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilli, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird. Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Kapitel 1 Die Klosterschule Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätter-K-K-K-Kehren verdonnert? Aha. Tch, langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdülü. Tüdülü. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ich sag mal ja. Ihr habt euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Das ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Harke. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es doch einmal aus. Ich probiere das mal aus. Na, da schau her. Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es drei Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Ja, machen wir mal hier. Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberen. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Ich glaube nicht. Ich feiere dieses Lied total. So. Что? So is das. Oh. So soll ich das jetzt immer hin und her rechnen? Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Was noch? Das ist ja nicht so auszuhalten. Ach komm, weil es so schön war. Lili, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taubst du etwas. Regal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Das war erstens noch mal. Lili hat fertig gehakt. Sie hat die Hake zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Wenn ihr sie noch einmal benutzen wollt, findet ihr sie in Lili's Inventar. Geht mit dem Mauszeiger an den unteren rechten Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Gebt acht, dass ihr euch nicht die Finger einklemmt. Amputationen sind so eine unerfreuliche Angelegenheit. Ja, ja, gut. Okay, ich sag aber erstmal Tschüss für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Euer Noobvogel. Bis dahin.